hallo und herzlich willkommen bei einem tag fünf der halloween horror nacht special week wochenende ja genau so lange ist der name wir spielen heute dread out keepers of the dark ein steamspiel was ich schon lange habe und ich mir immer wieder sage eigentlich hast du horror games deswegen spielst du es nicht aber ist halloween also ich glaube wie gehört es dazu it's never empty wir überspringen das ganze mal weil wir naja ihr wollt bestimmt sehen wie ich mich erschrecke und der das ist so scheiße und wir sind nicht nackig schade was was alle anfangen hat auch ein ende egal wenn es jetzt zu ende gehen würde ich bin nämlich eigentlich keine horror game fan weil ich bin ich so der grusel fackter typ die sich erschrecken ist mir nicht so geil wie man denkt ich habe mir glaube ich jetzt schon das beschissenste da raus gehört auch die kamen ist der grusel fackter das das schlicht ja das Das war eine schlechte Idee von mir. Barsch. Oh nie. Hello. Das war eine schlechte Idee von mir. Tut mir leid. Au. Dude, berück dich mal. Ich dachte, man kann die irgendwie abhalten. Man kann ja gar nichts tun. Man kann ja gar nichts tun. Scheiße. Eh, was mache ich falsch. Und ich weiß, keiner hat Bock, jetzt eine halbe Stunde wieder aufzustehen. Und deswegen... Keiner. ... Gold Horror, es ist ein Bedeut. Au. Habe ich dir was getan? Das bringt auch nichts. Was soll ich da mit einer Scheißkamera, wenn ihr nichts bringt? Ich habe keine Ahnung was ich machen musste. Wtf? Eigentlich kann ich solche Spiele eigentlich nicht. Aber ich habe es mir extra dunkel gemacht. Die Dinger sehen nicht gesund aus. Deswegen gehe ich erst mal, erst mal in eine andere Richtung. Damit kann ich ihn nicht entdecken. Da ist aber was. Solche Games machen mich echt immer kirre. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht könnt ihr das ja verstehen. Vielleicht. Aber ihr mögt solche Spiele schon auch nicht so sehr. Gehe ich einfach mal von aus. Wenn es genehm ist. Hier ist auf jeden Fall wieder der Spiegel. Also in Dark Souls oder so hätte ich jetzt gesagt, da kommen Bossfights. Dude! Dude! Was soll ich gegen den machen? Dann wird der nur noch müde abziehen! Der wird ja nur noch müde abziehen! Was will der von mir? Warte! Warte! Mann! Warte! Da sind die Mokota. Warte! Das ist nicht ganz so nett. Okay ganz toll. Wie finde ich einen Schwachstellen heraus, wenn er mich immer umhaut? Okay zu nah geht auch nicht. W-W-W-Wat-Wat-The-Fuck? Was ist das? Okay das geht. Dude was hast du geraucht? Willst du meinen Rock schnüffeln oder so? Oh ich bin eh gleich tot. Ich hebe ab! Nichts hält mich am Boden. Ey der hat die was geraucht. Oh man! Wie soll ich denn da wegrennen? Das ist ein Fight! Hallo Logik! Wie soll ich wegrennen? Hallo! Yo! Ich weine ohne Scheiße! Also ihr könnt mir erzählen was ihr wollt. W-W-W-Wat-The-Fuck ist das? Warum geht das mit dem Handy gerade nicht mehr um? Ich verstehe nicht. Aber wir versuchen es jetzt nochmal. Vielleicht ist das für jetzt auch mal 10cm weiter weg von uns. Ich verstehe es. Kill it! Spirit banished. LOL I don't even know what we did. Is there something? Ich spüre es in meinen Genitalien. Au! What the fuck! Ja, das war es würde ich sagen für mein Leben. Leben Nummer 10 ist auch weg. Aber jetzt habe ich das Spiel gecheckt. Also es hat jetzt zwar fast eine halbe Stunde gedauert. Aber ich habe es. Nee, nee. Nee, komm mal rein. Ich habe den schon wieder nicht gesehen. Liegt der auf dem Boden? I don't care it. Aber ich habe das ja immer noch nicht so ganz verstanden alles. Muss ich ehrlich sagen. Die fuck? Die fuck? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin ja schon. Ich bin sicher. Vielleicht sagten die mich, was kann das sein? Hat den F verschwommen? Jetzt glaub ich, der nächste G schnapp Uh, geschafft! Aber du ey, was hast du für Props, yo! Junge, Junge Ah, und noch einer? Oder? Oh, noch einer. Ich glaub's nicht Können die durch die Steine? Ja, können sie Oh Oh nein, ich will nicht spielen Das ist nicht Spiegel, aber Ich glaub wir sind jetzt in 105 Oh nein Oh nein, ich bade doch jetzt keiner mehr Wer steht da drin? Ich würde so sagen, ein Schließbad Let's go, please There's getting flotering over here Das ist ein Bot Hier drin? Hier drin? Uh oh It seems you won't find me in time Na, ich hab das Gefühl Das war ein schlechtes Gefühl, weißt du was Weißt du was My turn Okay I'm counting down Nine Eight Seven Six Five Four Three Two One Fif Three Three Two Three Three Mann, wie soll ich die auch sofort finden? War bestimmt hier drin. Scheiße, wenn du jetzt um die Ecke kommst, dann hasse ich dich. Boah, wenn du jetzt da um die Ecke kommst, dann hasse ich dich. Lebenszeit ohne Scheiß. Ich glaub, die kommt da irgendwo. Sagen wir, hier ist nichts mehr, oder? Ach, hier ist nichts mehr. Leute, das geht einem manchmal klein wenig auf die Nieren. Ein ganz kleines bisschen, ein ganz, ganz kleines bisschen. Ja, das ist doch nur 8, 2, 7, 6, 5. Aber ich glaub, wir sind die fertig, oder? Ich würd sagen, wir sind die fertig, ja. Danke fürs zu sehen, das war eine tolle Stunde, ja. Ihr seht das natürlich in geschnittener Form. Aber, hat Spaß gemacht. Glaub ich. Also, war auf jeden Fall, ja, ja. Rutzlich. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Rutzlich. Sie va öffnen an. Bleib vor, ich...